Studierst du in der Schweiz und hast den Wunsch, einen echten Unterschied zu bewirken, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene? Dann bist du hier genau richtig. Wir sind der Verband der Schweizer Studierendenschaften, VSS, UNES, USU. Aber was machen wir genau? Wir sind ein Dachverband von Studierendenorganisationen aus der ganzen Schweiz, die zusammenarbeiten, um deine Rechte zu schützen und deine Bedürfnisse zu vertreten. Wir studieren an Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Vielleicht fragst du dich, wie du dich im VSS engagieren kannst. In unseren Kommission. Hier kannst du dich ohne Vorkenntnisse beteiligen und wirklich etwas bewegen. Die Kommission d'Egalité, auch CODEC, ist die Gleichstellungskommission des VSS. Sie versteht sich als Kommission zur Erreichung und Bewahrung der formellen und tatsächlichen Gleichstellungen aller Geschlechter und der LGBTQIA plus Gemeinschaft an den Schweizer Hochschulen. Zur Erreichung ihrer Ziele lanciert sie konkrete Projekte und führt Kampagnen durch. Die CODEC kämpft für die Überwindung der Cis, der Hetero, der Homonormativität und des Patriarchats. Sie setzt sich somit für die Freiheit von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität und der sexuellen Orientierung ein. Bei uns kannst du dich ganz ohne Vorkenntnisse einbringen. Sei es bei Diskussionen in großen Gremien, beim Organisieren von Events oder ganz generell mit Ideen und Wünschen, die dir bei deiner zukünftigen Karriere nützlich sein werden. Engagiere dich jetzt für eine bessere Zukunft an unseren Hochschulen. Kontaktiere uns unverbindlich über info at vss-unes.ch oder schreib uns auf Social Media an. Wir freuen uns auf dich!